Das Fronleichnamsfest oder Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, mit dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. In der Liturgie heißt das Fest Hochfest des Leibes und Blutes Christi, regional wird es auch Prangatak oder Blutstak genannt. In das Englische und in andere Sprachen ist die lateinische Bezeichnung des Hochfestes Corpus Christi eingegangen. Liturgie Fronleichnam wird am Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitsfest begangen und fällt somit frühestens auf den 21. Mai und spätestens auf den 24. Juni. Der Donnerstag als Festtermin steht in enger Verbindung zum Gründonnerstag und der damit verbundenen Einsetzung der Eucharistie durch Jesus Christus. Selbst beim letzten Abendmahl, wegen des stillen Charakters der Karwoche erlaubt der Gründonnerstag keine prunkvolle Entfaltung der Festlichkeit. Aus diesem Grund wurde das Fest Fronleichnam bei seiner Einführung auf den ersten Donnerstag nach der Oktav des Pfingstfestes gelegt. In Ländern, in denen Fronleichnam kein gesetzlicher Feiertag ist, kann das Hochfest auch am darauffolgenden Sonntag gefeiert werden. Der wichtigste Teil des Fronleichnamsfestes ist die Heilige Messe, deren liturgische Texte sich auf das Geheimnis der Eucharistie beziehen. Vielerorts wird dieser Gottesdienst im Freien, etwa auf öffentlichen Plätzen gefeiert. An die Heilige Messe schließt sich in der Regel die Prozession an, regional auch Gottestracht genannt, bei der die Gläubigen die vom Priester oder Diakon getragene Monstranz mit dem Allerheiligsten in einem Festzug unter Gebet und Gesang durch die Straßen begleiten. Die Monstranz wird dabei von einem Himmel genannten Stoffbaldach hin beschirmt. Mit einer Station bis zu vier Außenaltären werden Elemente eines Flurumgangs aufgenommen. Bei jeder Station wird ein Abschnitt aus dem Evangelium vorgetragen. Es werden für Bitten gesprochen und der sakramentale Segen in alle Himmelsrichtungen und über die Stadt erteilt. Die Prozession schließt meist in der Pfarrkirche mit dem Tantum Ergo und dem Teideum. In einigen Uferorten von Seen werden Prozessionen mit Booten durchgeführt, so etwa auf dem Traunsee oder Heilstädter See. Von Seehausen am Staffelsee aus führt die Prozession mit Booten über den Staffelsee zur Insel Wörth. Diese Tradition geht bis auf das Jahr 1936 zurück. Die heutige Sinngebung der Prozession geht in der Regel vom Bild des wandernden Gottesvolks aus dessen Mitte Christus das Brot des Lebens ist. Die Verbindung von Prozession und Heiligermesse wird stärker betont. Geschichte Das Fest der leiblichen Gegenwart Christi in der Eucharistie wurde erstmals 1246 im Bistum Lüttich gefeiert und 1264 von Papst Urban IV. durch die Bulle Transitorus de Hoc Mundo zum Fest der Gesamtkirche erhoben. Auslöser dieser Entscheidung war das Blutwunder von Bolschiener, das von ihm im Jahre 1263 als echtes Wunder anerkannt wurde. Unter anderem schrieb Urban IV. Wir haben es daher, um den wahren Glauben zu stärken und zu erhöhen, für recht und billig gehalten, zu verordnen, das außer dem täglichen Andenken, dass die Kirche diesem heiligen Sakrament bezeigt, alle Jahre auf einen gewissen Tag noch ein besonderes Fest, nämlich auf den fünften Wochentag nach der Pfingstoktav gefeiert werde, an welchem Tag das fromme Volk sich beeifern wird, in großer Menge in unsere Kirchen zu eilen, wo von den Geistlichen und Laien voll heiliger Freude Lobgesänge erschallen. Die Anregung zu der Schaffung dieses Festes geht auf eine Vision der heiligen Juliana von Lüttich, einer Augustiner Chorfrau, im Jahre 1209 zurück. Diese berichtete, sie habe in einer Vision den Mond gesehen, der an einer Stelle verdunkelt war. Christus habe ihr erklärt, dass der Mond das Kirchenjahr bedeute, der dunkle Fleck, das Fehlen eines Festes des Altars Sakraments. Das mit der Bulle Transitorus de hoc mundo in der lateinischen Kirche eingeführte Fest war das erste, das von einem Papst in den liturgischen Kalender der Gesamtkirche aufgenommen wurde. Das vierte Laterankonzil hatte 1215 die Wandlung der eucharistischen Gestalten mit der Transsubstanziationslehre präzisiert und zum Dogma erhoben. Die katholische Kirche lehrt, dass in der heiligen Messe die eucharistischen Gestalten durch die Wandlung wahrhaft zum Leib und Blut Christi werden und Christus darin gegenwärtig ist und bleibt. Für das Fest entstand ein eigenes Proprium für Stundengebet und Messe, das Thomas von Aquin schuf. Die Hymnen haben den Charakter des Fests entscheidend geprägt. Panis Angelicus, Pange Lingua Adoro Tei Devote, Verbum Supernum Proteins und die Sequenz Laudation. Die erste Sakramenzprozession in Bayern von 1273 in Benediktbeuernstadt in Köln wurde das Fest erstmals 1279 mit einer Prozession begangen. Ihren Höhepunkt an festlicher Gestaltung erreichte die Fronleichnamsprozession im 17. und 18. Jahrhundert. In München zog die Prozession zwischen den Stadtmauern hin und die vier Evangelien wurden an den vier Stadttoren Schwabinger Tor, Isator, Sendlinger Tor und Karlstor verlesen. Die Reformation stand dem Fronleichnamsfest ablehnend gegenüber, da es sich biblisch nicht begründen lasse. Martin Luther, ich bin keinem Fest mehr Feind als diesem, denn es ist das allerschändlichste Fest. An keinem Fest wird Gott und sein Christus mehr gelästert, denn an diesen Tage und sonderlich mit der Prozession. Denn da tut man alle Schmach dem heiligen Sakrament, das Menz nur zum Schauspiel umträgt und eitelab Götterei damit reibet. Es streitet mit seiner Schmink und erdicht in Heiligkeit wieder Christiordnung und Einsetzung. Denn er es nicht befohlen hat also umherumtragen. Das Konzil von Trien bestätigte das Fronleichnamsfest und wertete es gleichsam zu einer gegenreformatorischen Demonstration auf. Es erklärte, als Reaktion darauf wurde es in manchen gemischt-konfessionellen Gebieten üblich, dass die protestantischen Bauern als Provokation den Mist gerade an Fronleichnam auf die Felder ausbrachten, die katholischen Bauern antworteten dann. Am Karfreitag mit gleicher Münze. Das Zeitalter der Aufklärung brachte erneut Kritik an der Fronleichnamsprozession. Kritisiert wurde unter anderem das massenhafte Abholzen von Birken und Abbrechen von Reisern derselben. Das Abschießen von Salven und der nun als unziemmlich empfundene Pomp. 1803 untersagte man Pferdeumritte, das Aufstellen von Bäumchen und das Anlegen von Blumenteppichen. In Lanzhut nahm die dortige besonders prunkvolle Fronleichnamsprozession 1807 ein jähes Ende. In einem königlichen Befehl wurde die bisherige Praxis, wonach neun gehanischte Männer auf gehanischten Pferden die Prozession eröffneten und 24 Spanier und zwölf Edelknaben das Allerheiligste begleiteten. Ausdrücklich verboten, da dies die reine Jesusreligion enthäre. Nur die drei Gehanischten, die das Stadtwappen symbolisierten, durften bleiben. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Fronleichnamsprozession von vielen als Demonstration ihres Glaubens gegen die nationalsozialistische Weltanschauung und die Diktatur verstanden. 1959 erklärte die römische Ritenkongregation, Die Fronleichnamsprozession ist keine Liturgie, sondern sie fällt als fromme Übung in die Zuständigkeit der Bischöfe. In der orthodoxen Kirche ist die Verehrung des zur Anbetung ausgesetzten Allerheiligsten unbekannt. Hier lautet ein Grundsatz. Wir verehren die heiligen Gaben, weil wir sie, etwa zur kranken Kommunion, aufbewahren, aber wir bewahren sie nicht auf, um sie zu verehren. Ebenso wie die scholastisch-rationalistische Transsubstantiationslehre wird das Fronleichnamsfest abgelehnt. Heutige Praxis in Deutschland und Österreich Der eucharistische Christus wird außer mit Weihrauch und Altarschellen oft auch mit gestreuten Blumen, mancherorts mit Salutschüssen gegrüßt. In Österreich war es üblich, auf den Feldern, die entlang der Prozession lagen, nur schweres Getreide zu sehen. Da andere Feldfrüchte als minderwertig und damit der Prozession unwürdig erschien. Das Schmücken ganzer Straßenzüge für die Prozession ist bis heute verbreitet. Vielerorts werden zusätzlich zu den Prozessionswähnchen am Wegesrand traditionell auch Bilder, Ornamente und Schriften aus vielen einzelnen Blütenteilen als Blumenteppich vor Stationsaltäre und auf den Prozessionsweg gelegt. Bekannt für ihre Blumenteppiche zu Fronleichnam sind in Deutschland besonders die Stadt Hüfingen und die Gemeinde Mühlenbach im Schwarzwald. Regional gibt es die Fronleichnamsprozession auch als Prozession zu Pferd oder als Schiffsprozession. Eine der bekanntesten und ältesten Schiffsprozessionen ist die Müllheimer Gottestracht auf dem Rhein in Köln-Müllheim. Dort fährt ein Sakramentschiff begleitet von kleinen und großen Schiffen. Von der ehemals selbstständigen Stadt Müllheim bis an die alte Stadtgrenze von Köln. In Österreich finden im Salzkammergut in Hallstadt und Traunkirchen-Seeprozessionen statt. Im Mainzer Dom gibt es mit dem Mainzer Segen am Fronleichnamsfest eine Besonderheit. Bereits zu Beginn der Vesper wird der Segen mit der Monstranz gespendet und zum Abschluss ein weiteres Mal. Im nordhessischen Fritzlar wird nach alter Tradition das Fronleichnamsfest am Vorabend mit dem Katzenkopfschießen eröffnet. Bevor diese Kanonen abgeschossen werden, erklingen alle acht Glocken des Fritzlarer Doms. Diese Prozedur wird dreimal wiederholt. Am Festtag selbst findet nach dem feierlichen Hochamt die traditionelle Fronleichnamsprozession durch die Altstadt statt. Nach vier Altären zieht die Prozession wieder unter vollem Domgeläut in die Basilika ein, wo dann der sakramentale Segen gespendet wird. Auch in den anderen ehemals kurmainzischen Enklaven in Hessen wird ein vergleichsweise reichhaltiges Brauchtum zu Fronleichnam gepflegt. Wobei Amöneburg-Mardorf mit mehreren Triumphbögen besonders beachtenswert ist. Punkt, 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 Termin. Das Datum des Fronleichnamsfestes ist vom beweglichen Osterfestkreis abhängig. 2016, 26, Mai, 2017, 15, Juni, 2018, 31, Mai, 2019, 20, Juni, 2020, 11, Juni, Feiertagsregelungen. In Deutschland ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in einigen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung in den Ländern Sachsen und Thüringen. In den übrigen Ländern und Regionen gibt es Sonderregelungen. Wie etwa für katholische Arbeitnehmer Anspruch auf unbezahlte Freistellung und für katholische Schulkinder Anspruch auf Unterrichtsbefreiung. Katholische Träger, etwa die Caritas, regeln in ihren jeweiligen Bereichen ganztägige Arbeitsbefreiung für alle Beschäftigten. Schweiz in der Schweiz ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag in den überwiegend katholisch bevölkerten Kantonen Appenzell in Erhoden, Jura, Luzern, Nittwalden, Obwalden, Schwyz, Tessin, Uri, Wallis und Zug sowie in bestimmten Gemeinden der Kantone Agau, Freiburg, Graubünden, Neuenburg und Solothurn. In ganz Österreich und Lichtenstein ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag. Die Bürger Rums ziehen weiterhin in den Abendstunden des Fronleichnamstages gemeinsam mit dem Papst nach der Feier der Messe vom Vorplatz der Lateransbasilika zum Vorplatz der Basilika Santa Maria Maggiore, wo der sakramentale Segen erteilt wird. Man versucht aber bereits seit einigen Jahren Fronleichnam in Italien wieder als gesetzlichen Feiertag einzuführen. Dazu wurden bereits mehrere Gesetzesentwürfe in das Abgeordnetenhaus und in den Senat eingebracht. Eine große Prozession findet in Oviertu statt, wo das Altartuch mit den Flecken des Blutwunders von Bolschena von 1263 im Dom aufbewahrt wird. In San Marino ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag. In Ungarn wird Fronleichnam ähnlich wie in Italien am darauffolgenden Sonntag nachgefeiert. Polen in Polen ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag. In Kroatien ist Fronleichnam ebenfalls gesetzlicher Feiertag. In Spanien hat die Feier des Fronleichnamsfestes mit feierlichen Prozessionen und vielfältigem Brauchtum vielerorts eine sehr lange Tradition. Der Tag gehört aber schon seit 1989 nicht mehr zu den landesweit arbeitsfreien Feiertagen. Nur sechs Feiertage werden im ganzen Land einheitlich begangen, während die Festlegung der übrigen vorgeschriebenen Feiertage den autonomen Gemeinschaften überlassen bleibt, die auch innerhalb ihres Zuständigkeitsgebietes viele lokal abweichende Regelungen zulassen. Gegenwärtig gilt Fronleichnam in keiner der spanischen Autonomien als genereller gesetzlicher Feiertag, ist allerdings mancherorts als örtlicher oder regionaler Feiertag arbeitsfrei. In den übrigen Gebieten Spaniens gilt das kirchliche Fest als beweglicher Feiertag und wird an dem auf den eigentlichen Termin folgenden Sonntag begangen. In Portugal ist Fronleichnam ein Feiertag. In den Jahren 2013, 2014 und 2015 war Fronleichnam als arbeitsfreier Feiertag ausgesetzt. Fronleichnam ist außerdem ein gesetzlicher Feiertag in Bolivien, Brasilien, der Dominikanischen Republik, Kolumbien, Osttimor, Saint-Lucia und Trinidad und Tobago. Fronleichnamspiele Das späte Mittelalter brachte geistliche Prozessionsspiele hervor, die zu Fronleichnamen aufgeführt wurden. Dabei nahm man als Inhalt der Spiele auch Gespräche der Apostel und Propheten oder Bilder aus der Heilsgeschichte. Die Spiele entstanden in England im 14. Jahrhundert. Das älteste im deutschen Sprachraum nachzuweisende Spiel fand 1391 im Stubertal in Tirol statt. Spätere Spielorte sind Bozen, Künzelsau und Freiburg. Besonders prunkvoll wird das Fest in Italien begangen. B. In Viterbo, wobei der Text gegenüber dem szenischen Gepränge stark zurücktritt. Eine literaturgeschichtlich wichtige Ausformung haben die Fronleichnamspiele in Spanien erfahren, wo sie bis weit in die Neuzeit lebendig waren. Die Samsonumzüge am Nachmittag des Fronleichnamstags im österreichischen Lungau und in der benachbarten Steiermark werden als Reste barocker Prachtprozessionen gedeutet. Nachdem im Zuge der Aufklärung das Mitführen des Samsons und anderer biblischer Figuren verboten worden war, wurden die Samsonumzüge auf den Nachmittag des Fronleichnamstags verlegt. Siehe auch. Feiertage in Deutschland, Österreich, Schweiz. Termine der beweglichen Feiertage in Deutschland.